Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Falls ihr euch wundert und mein eines Auge immer noch so aussieht, als wäre ich ein Zombie, es müsste... Das hier sieht glaube ich noch nicht so geil aus. Mich hat eine Bindehautentzündung, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt, eine Woche außer Gefecht gesetzt und ich sah letzte Woche noch schlimmer aus als jetzt. Man konnte die Augen nicht öffnen, man konnte sie aber auch nicht schließen und es hat die ganze Zeit gejuckt und gebrannt und keine Ahnung, wo ich das her habe. Meine Ärzte meinte, ja das passiert halt, wenn man so Kundenverkehr hat und ihr wisst ja, ich habe ja Verkehr mit Kunden. Also ich bin Immobilienmakler, Leute, mit Kunden, ja, nicht mit solchen Kunden und nicht so im Verkehr. Auf jeden Fall, es war mir leider nicht möglich, ihr zu sein und es sind so viele coole Games gerade erschienen und schlechte Games und Drama und Anni-de-Dak-Drama, worüber wir nicht reden werden, weil das überlasse ich solchen Asozialen wie KuchenTV und wie sie alle heißen. Und irgendwie Monte hat eine 17-Jährige von einem Typen ausgespannt, Mr. Moral-Apostel. Darüber reden wir ja nicht, wir reden über Gaming hier, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Wir haben, eigentlich wollte ich ursprünglich, damit ihr mir folgen könnt, über das Update sprechen, was ja komplett kaputt war, wo Reload-Canceling kaputt war und alles, aber dadurch, da ich jetzt eine Woche ausgefallen war, ist das nicht mehr so aktuell. Es gibt wohl, wurde mir gesagt, in MW3 einen Modus, einen experimentellen Modus, angeblich ohne SBMM. Ich glaube, mein Field heißt dieser Modus. Diesen Modus werde ich im Stream mit meinen Jungs mal probieren, jetzt diese Woche, und euch ein Video hochladen und sagen, ob es da SBMM gibt oder nicht oder was ich davon halte. Ich habe keine Ahnung, ob das sowas wie TDM ist oder Herrschaft oder Suchen zerstören oder... Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe COD als Game aktiv seit 6 Wochen nicht angerührt oder so. Was ich aber angerührt habe zum Testen, weil es der Tarkov-Killer sein sollte, so wie mittlerweile jedes Game, was erscheint. Und Greyzone Warfare, davon habe ich euch vor ein paar Wochen schon mal erste Einblicke gegeben und bin ja in dem Creator-Discord und in dem Creator-Programm und darf es halt vorstellen. Und für die Vorstellung bekomme ich aber nichts, ich habe, also kein Geld, ich habe aber das Game, auch die Full-Version, die jetzt rauskam, umsonst bekommen. Das ist im Prinzip alles. Und ich habe auch keine Auflagen, das heißt, ich muss nicht positiv darüber sprechen oder es in den Himmel loben und das werde ich auch nicht. Dieses Game ist, wie soll ich das erklären? Wenn ihr Bock auf Escape from Tarkov hattet, aber, jetzt das große Aber, Tarkov ist euch zu hardcore, zu extrem, ihr traut euch da nicht ran, dann ist Greyzone Warfare perfekt für euch. Wenn ihr DMZ gefeiert habt, ist Greyzone Warfare das perfekte Game für euch. Es ist langsamer, es hat eine coole Atmosphäre, es ist ein Extraction-Shooter, coole Animationen, ihr fliegt mit einem Helikopter in eure Landezone und wieder zurück in euer Basecamp. Ihr könnt zusammenspielen alleine, das Ganze auf dem PC, nicht auf Konsole aktuell. Wobei ich mir dieses Game sehr, sehr gut vorstellen kann, dass es auf Konsole tatsächlich funktioniert. Abgesehen davon, dass die PS5 wahrscheinlich bei der Leistung nicht hinterherkommt, um ehrlich zu sein, weil das Game fordert unfassbar viel Leistung. Das Game ist letzte Woche erschienen. Sehr überraschend, denn gerade erst war ja der Playtest davon. Und für die, die sich genauso wie ich gefragt haben, warum es erschienen ist, so früh vergleichsweise, und man merkt dem Game es auch an, es ist eigentlich immer noch in so einem Beta-Status und bräuchte, damit es wirklich fertig ist, locker noch ein Jahr. In Tarkov gibt es ja das ganze Drama mit der Unheard Edition und Pay-to-Win-Addition und Streamer gegen Nikita, also Nikita, CEO von Battlestead Games, dem Publisher und Entwickler, und Community gegen Streamer und Streamer gegen Nikita, Nikita gegen Cheetah, Cheetah gegen Spieler. Ganz viel Drama und jedes andere Game, was auch nur im Entferntesten irgendwas mit Tarkov zu tun hat, hat sich in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt, wenn die so viel Stress haben, dass wir unser Game releasen. Und unter anderem kam Embrace on Warfare. Ich habe es getestet, habe es im Stream getestet und habe nach sechs Stunden Test ungefähr entnervt aufgegeben und gesagt, dieses Game kann für alle, die wenig PvP mögen, wenig Action mögen, sondern eher so PvE-lastiges eine Mission machen in einer coolen Atmosphäre mit ein paar coolen Waffen, dann wieder raus, wieder ein paar Bots töten, wieder Missionen machen, dann wieder raus. Wer auf sowas Bock hat, was mehr oder weniger DMZ war, DMZ war, was PvP angeht, sehr, sehr wenig im Vergleich zu Tarkov zum Beispiel, für den ist Greyzone Warfare das perfekte Game. Es ist langsamer als Tarkov, es ist einfacher zu lernen, einfacher zu verstehen und einfacher zu folgen. Es sieht grafisch unglaublich gut aus, dadurch haben sie ja mit Absicht den Dschungel genommen, es läuft auf der Unreal Engine, was natürlich immer für grafisch wirklich einiges hermacht. Das Problem ist, eure Rechner müssen richtig was können, damit ihr das Game ordentlich spielen könnt. Ihr solltet euch daran gewöhnen, mit Maus und Tastatur werden viele Games die nächsten Jahre erscheinen, die ihr auf der Konsole nicht spielt, weil Maus und Tastatur, Extraction-Based-Shooter, nehmen so in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren, finde ich so eine richtige Position ein, was früher oder bis aktuell Battle Royales gemacht haben. Wenn ihr mal guckt, die letzten Monate kam kein neues Battle Royale, was in irgendeiner Art und Weise die Vorherrschaft von den Battle Royales wie, als Beispiel jetzt Fortnite oder früher PUBG oder vielleicht auch Warzone, irgendwie angreift, weil sie realisiert haben, dass der Hype auf dieses Genre abgeflacht ist und Extraction-Based-Shooter steigen in die Höhe. Tarkov hat unglaubliche Spielerzahlen mittlerweile, macht sich richtig daher, egal was für ein Drama da gerade ist, richtig bei den Leuten anzukommen und andere Games wie DMZ zum Beispiel, den ich gar nicht schlecht fand, der halt auch ein Tarkov-Light war, könnte man vorsichtig sagen, haben auch viele, viele Fans angelockt und das wird die nächsten Monate, Jahre so weitergehen, aber solche Games sind auf Konsole nicht zu denken. In so einem Game wie Tarkov funktioniert Aim-Assist auf dem Controller nicht und wenn ihr Controller ohne Aim-Assist spielt, werdet ihr nie einen einzigen Kill machen gegen jemanden wie mich, der jetzt seit über 2.500 Stunden mit Maus und Tastatur Tarkov spielt oder gegen noch viel, viel bessere Leute, die eben Tarkov spielen und das schon seit Jahren und Monaten und sonst was. Das heißt, gewöhnt euch dran. Greyzone Warfare ist aktuell in vier verschiedenen Versionen für euch verfügbar. Die günstigste Version geht bei 39 Euro los und es gibt dann drei weitere Versionen, die höchste ist die Supporter Edition, wo ihr kleine Benefits bekommt, die ich euch am Anfang noch nicht empfehlen würde. Wenn ihr Bock auf das Game habt, ich empfehle euch, 39 Euro ist für ein neues Game, finde ich, absolut in Ordnung. Das Game ist aber nicht mal annähernd so weit, dass man es als Fertig-Release nennen kann. Sie haben einfach die Chance genommen, die Tarkov, den aktuell in das Drama geboten hat und gesagt, da gehen gerade Spieler weg, da ist gerade Ärger, das nutzen wir und hauen unser Baby raus. Das Game braucht noch mindestens ein Jahr, bis es Full-Release ist und wirklich in einem guten Zustand meiner Meinung. Aber für alle, die eben DMZ vermissen, weil es nicht mehr supportet wird, nicht bei MB3 rüberkam, meine Empfehlung, Greyzone, 39 Euro Standard-Version. Ihr könnt auf die anderen Version hochgrane, wenn ihr das wollt. Ich sehe den Vorteil ehrlich gesagt nicht. Und es gibt ja auch keinen Link oder so, sondern ich kriege halt nichts dafür. Ich sage es euch nur, wie es ist. Ich würde mich jetzt mittlerweile als Tarkov-Veteran bezeichnen. Für jeden, der Tarkov spielt, wird Greyzone, glaube ich, nicht sein. Zumindest, wenn man in Tarkov das PvP, die Action gegen Spieler mag, weil dafür ist Greyzone zu langsam einfach. Wenn man aber Bock hat, ein paar Bots und KI über den Haufen zu schießen, ein paar knifflige Missionen zu machen, mit Kumpels ein paar coole atmosphärische Stunden zu haben, da ist Greyzone, glaube ich, ein ziemlich cooles Game, was man testen kann. Es gibt ja einen anderen Competitor aktuell, das ist Arena Breakout. Da habe ich überlegt, ob ich euch so ein bisschen was in einem separaten Video darüber erzähle. Aber die letzten Tage kommen so viele Infos über Arena Breakout, dass sie im Prinzip eins zu eins von Escape from Tarkov einfach nur kopiert haben und geklaut haben, dass ich persönlich, ehrlich gesagt, aktuell nicht so viel Interesse habe, euch viel darüber zu zeigen. Weil so Entwickler, die von anderen eins zu eins klauen und das halt nicht bei einzelnen Sachen, was ja auch Activision seit Jahren macht, sondern in so großem Maße, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich schwach. Wir haben ein Xbox-Showcase aber demnächst, wo Microsoft einzelne Microsoft-Titel vorstellt. Das ist am, ich glaube, 9. Juni und ab 19 Uhr startet das. Danach wird vom neuen Black Ops, 5, 6 Black Ops Returns, wie auch immer es heißt, tatsächlich aus dem Multiplay, aus der Kampagne ein paar Sachen vorgestellt. Worauf ich mich sehr freue, wird das erste Mal dieses Jahr sein. Und sonst hoffe ich, dass ich euch mit Greyzone einen kleinen Einblick geben konnte, nun ganz klein, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr die neuen 30 Euro ausgebt. Meine Empfehlung für euch, testet es aus, wenn ihr Bock auf sowas habt, wenn ihr Tarkov-Fan seid und PvP und Action- und Hardcore-Aspekte mögt, lasst die Finger davon, es ist kein Game für euch. Schön, dass ich wieder da bin, ich hoffe, ich sehe nicht zu sehr aus wie ein Zombie für euch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich bin jetzt, mit den nächsten Videos jetzt wieder regelmäßig dabei. Jetzt bin ich hier halbwegs wieder fit. Haut rein!